Hallo und herzlich willkommen zu Spelunky, einem Spiel, das ich euch in meiner 1 Plus Reihe vorstellen möchte, weil es das mal kostenlos bei Playstation Plus gab. Das Spiel ist vielleicht schon ein bisschen bekannter, das ist nämlich zumindest, soweit ich weiß, ein großer Hit schon auf dem PC gewesen. Ich habe es allerdings nie selber gespielt, ich habe mir da auch keine Videos oder so von angeschaut, also ich weiß nur so am Rande so ein bisschen worum es geht, aber ja, ich lasse mich einfach überraschen und ich drücke mal Options, um anzufangen. Cool! Spielen? Anscheinend kann man das auch im Koop oder sonst irgendwie spielen, ich gehe aber erstmal in die Option und gucke mir mal an, was wir da so einstellen können. Also so wird gespielt. Am Anfang hast du vier Gesundheitspunkte, wenn du keine Punkte mehr hast, scheitert die Expedition. Mit Seilen kommst du auch an Stellen weit über dir. Drück Dreieck, um ein Seil zu werfen. Mit Bomben kannst du Mauern wegsprengen, drück Kreis, um eine abzuwerfen, pass aber gut auf. Die Peitsche ist die beste Verteidigung gegen Monster, die in den Höhlen leben. Drück Viereck, um damit anzugreifen. In den Höhlen liegen überall Holzkisten herum. Öffne sie mit der Peitsche, um Vorräte für unterwegs zu finden. In den Kisten findest du am häufigsten Seile und Bomben. Wenn du aber Glück hast, bekommst du noch etwas Besseres. Schatzkisten stecken voller wertvoller Edelsteine. Die meisten von ihnen haben schwache Schlösser, die mit der Peitsche geöffnet werden können. Deine Punktzahl hängt davon ab, wie viel Beute du gesammelt hast. Häuf große Reichtümer aus Gold und Edelsteinen an. Dies ist ein Ladenbesitzer. Du kannst bei ihm alle möglichen Arten von Objekten finden, verärgere ihn aber nicht. Steht ein Objekt zum Verkauf, ist darüber ein Dollarzeichen zu sehen. Manche Läden verkaufen Waffen, wie etwa diese Schrotflinte. Du kannst deine Beute im Laden zum Kauf von Objekten einsetzen. Achte darauf, sie gut anzulegen. Die Läden bieten auch oft verschiedene andere nützliche Hilfsmittel. Dieser Kompass zeigt dir beispielsweise den Weg zum Ausgang. Im unteren Teil der Level befinden sich Ausgänge in tiefere Teile der Höhlen. Diese sind dein Ziel. Hier unten werden liebreizende Frauen gefangen gehalten. Wenn du sie sicher zum Ausgang bringst, schenken sie dir Gesundheit. Du kannst auch diese goldenen Götzen zum Ausgang bringen, um große Belohnungen einzustreichen. Sie werden in der Regel durch tödliche Fallen bewacht. Soweit die Grundlagen. Im Spiel wirst du noch viele andere Sachen entdecken. Viel Spaß! Also ein Spiel anscheinend mit Permadeath, weil wenn man die vier Gesundheitspunkte weg hat, dann scheitert die Expedition und man darf wieder von vorne anfangen. Steuerung. L2 und R2 brauche ich mir nicht zu merken. L1, Kaufen oder Tür. Das ist natürlich eine richtig gute Kombi. R1 ist Laufen, Seil, Bombe, Springen, Peitsche, Bewegen. Okay. Einstellungen, Vibration. Ach, lass ich mal an. Effekt lautstärke, ich lass mal alles so. Ich werde die Helligkeit mal vielleicht noch ein bisschen hochballern, weil YouTube macht das wieder sehr, sehr dunkel. Ich will es nicht zu hell machen, aber ja, damit ihr auch was seht. Das Spiel an sich ist ziemlich dunkel. Der Frauenstil. Oh, Mopsi. Ich will, ich will Mopsis retten. So, Hatzteal, Standard, Profi. Ich lass mal Standard, wa? So, zurück. Und er speichert anscheinend, wie das Büchlein uns anzeigt. Ja, dann gucken wir mal, wie lange ich überlebe. Es wird nicht lange sein, das kann ich euch versichern, aber wir spielen einfach mal. Begib dich auf die Suche nach dem legendären Olmec-Schatz. Geh allein oder mit deinen Freunden. Dann gibt es noch die Tagesaufgabe. Tritt im heutigen Abenteuer gegen andere Online-Forscher an. Du hast nur einen Versuch. Und Todeskampf. Finde bei einem tödlichen Wettkampf heraus, wer der talentierteste Abenteurer ist. Ich gehe erstmal auf das Abenteuer. Okay, Abenteurer auswählen. Okay, also man kann es anscheinend mit bis zu vier Spielern spielen, wenn ich es richtig sehe. Tjo, wen nehmen wir denn? Ach, die sind doch alle gelockt. Okay, anscheinend kann man hier noch eine ganze Menge freischalten. Ich gehe mal wieder zurück, das bringt ja irgendwie nichts. Ach, ich glaube, ich nehme einfach mal den Standard, obwohl das Vibe natürlich angebracht wäre. Aber ich finde, die sieht doof aus. Ihn finde ich noch ganz cool. Ach komm, wir nehmen ihn einfach mal. Ihn finde ich supi. Nö, der ist ja cool. Aber wir sind ja nur alleine. Keiner will mit mir spielen. Naja, egal. Okay. Gut, x-bar springen. Hier können wir wahrscheinlich speichern, oder? Du hast ein Tagebuch gefunden. Ah, es ist ein Tagebuch, kein Speicherpunkt. Dann öffnen wir es mal. Hallo, mein Name ist Young und dies ist mein Tagebuch. Staubige Karten und Gerüchte von erstaunlichen Schätzen haben mich hierher tief unter die Wüste gebracht. Dieser Ort ist irgendwie seltsam. Der Aufbau scheint sich die ganze Zeit zu verändern. Man sieht nie denselben Raum zweimal. Ob das wohl der legendäre Olmec-Fluch ist, der die Leute auf ewig in die Höhlen einschließt? Ich schiebe den Gedanken beiseite und konzentriere mich stattdessen auf den Schatz. Wenn ich die Grundlagen der Bewegung und des Kampfes beherrsche, werde ich als reicher Mann zurückkehren. Ja, das wird sich noch rausstellen. Ach, wir dürfen jetzt erstmal das Tutorial spielen. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Da können wir schon mal so ein bisschen die Grundlagen hinkriegen. Gut, x-es springen. Okay, können wir auf Schlangen drauf springen? Oder ist das eher uncool? Ich probiere es mal, wenn ich sterbe, ist eh egal. Ja, wir können auf sie drauf springen. Und er hält sich hier auch dran fest. Also man kann dann auch so ein bisschen sich festhalten. Okay, also man kann sie auch dann leider ein bisschen blutspritzend töten. Komme ich hier denn rein? Ja, Tatsache. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, aber erstmal ein bisschen vorsichtig vorgehen. Wie gesagt, auf dem PC, habe ich zumindest mitbekommen so ein bisschen, ist das ja voll der Hit, weil es eben auch wieder diesen, äh, Permadeath sozusagen hat. Okay, ja, ein, zwei, ja Rennen. Und dann, hui, können wir jetzt hier rüber springen. Und hier ist sogar schon ein Edelstein. Und ich muss mal gucken, ich bin ja so ganz, ganz schlecht in solchen Spielen, also erwartet mal nicht zu viel. Okay, hier geht es anscheinend normal weiter. Hier kriegen wir mit der Leiter das alles erklärt. Und anscheinend das Gold hier, das leuchtet auch so. Vielleicht können wir das noch irgendwie dann, ähm, abbauen. Kann ich auch hier runter springen? Ja, das geht auch. Okay, dann muss ich aber irgendwie hoch, hier hoch kommen. Ein Seil haben wir noch nicht. Na, ich glaube, ich gehe eher mal wieder links weiter. Ich denke, das ist der reguläre Weg. Ich meine, hier geht es ja ums Erkunden und so. Aber ich glaube, in dem Tutorial halte ich mich mal lieber an den vorgegebenen Weg. Obwohl, so richtig vorgegeben ist er ja auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, weil hier habe ich nämlich gesehen, hier ist L, da können wir dann hoch. Ruhen wir einfach hoch. Achso, wenn ich das, äh, den Analogstick runter drücke, dann geht er so in die Hocke. Hier. Okay, das sieht witzig aus. Hui. Ja, da haben wir so viel Gold. Okay, jetzt sind wir eh wieder hier unten. Das heißt, ich muss dann doch irgendwie da rüber. Das Problem ist nur wahrscheinlich, so ohne Seil oder irgendwas werden wir an das hier alles noch nicht so wirklich rankommen. Kriegen wir vielleicht noch. Jetzt geht aber verdammt oft in die Hocke. So, wir müssen doch Kohle verdienen hier. Okay, dann können wir anscheinend hier weiter. Ja, so ein Tutorial finde ich immer ganz gut. Die Reise war schwieriger, als ich dachte. Ich bin in Stachelgruben gefallen, in Fallen gelaufen und wurde von Monstern angegriffen. Doch ganz gleich, was auch immer passierte, ich bin immer wieder am Eingang der Minen aufgewacht. Es ist fast so, als würde hier unten selbst gefattert tot die Orientierung verlieren. Trotz dieser unheimlichen Ereignisse bleibe ich auf die anstehenden Aufgaben konzentriert. Ich schreite eifrig voran und habe dabei Ruhm und Reichtum im Blick. Natürlich. So, Tutorial 2. Erster haben wir sogar. Einigermaßen überlegt. So, was sagt er? Jetzt kriegen wir die Peitsche. Jetzt können wir hier mal richtig loslegen. Das heißt hiermit... Kann ich das auch im Springen machen? Ja, scheint schon. Eine Bömbchen. Ein neuer Tagebucheintrag. Eine Tasche mit drei Bomben. Ähm. Das sind die Objekte, aber kann ich die auch irgendwie auswählen? Also ich kann mit X nichts machen. Ich kann nur einfach wieder zurück. Tagebuch. Orte. Monster. Ah, die Schlange. Das Verderben eines jeden Abenteurers. Versteckt sich gerne in Töpfen. Okay, Objekte. Das war die Bombentasche. Achso, das ist einfach nur eine Info. Aber... Jetzt nicht so wahnsinnig gehaltvoll. Aber hier ist jetzt so eine Kiste, die wir ja angeblich hoffentlich auch mit der Peitsche öffnen können. Jawohl. Wollte da noch ran und versuchen hier rüber zu springen, wenn's denn mal geht. So geht's. Okay. Hier kann ich wahrscheinlich noch nix machen. Nee, das lässt sich mal schon fassen. So. Boom, Baby. Aua. Neuer Tagebuch eintragt. Das ist wahrscheinlich die... Genau, die Monster, die Fledermaus. Die Monster-Fledermaus. Dieses Tier verspeist bevorzugt Käfer, greift aber auch Menschen an, wenn es hungrig ist. Super. Yes, die hat mich nicht getroffen. So, also hinlegen. Und... Nach unten gucken. Nein. Hinlegen und Bombe legen. Hat aber nix gebracht. Okay, hier... Jetzt haben wir auch einen Greifhaken. Okay, aber... Das ist ja auch noch was. Ah, Seile! Und ein Seilhaufen. Jeder Forscher braucht Seile, vor allem um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Okay, aber da haben wir dann wahrscheinlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Seilen. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Dankeschön. Okay, so, jetzt wird's tricky. Boom, Baby. Da muss man aufpassen. Mist, ich will jetzt aber hier kein Seil brauchen. Okay, hier kommen wir auch noch nicht ran. Weil hier müsste ich erst den Steinblock da unten zerstören, um ranzukommen. Oh, shit. Nein! Komm ich nicht mehr rauf. Damn you. Ähm, na gut. Vielleicht kommen wir hier wieder rüber. Äh! Lass mich durch! Manni. So, R1 und X. Aber was ist denn das? Was will ich da angucken? Hups, nein! Ach, ich kann auch Bomben werfen. Ich nehme mich einfach kreis, drücke und dann werfe ich die Bombe. Okay. Ah, so kann ich hier alles zerstören. Das Problem ist, dass ich jetzt wahrscheinlich ein Seil verbrauchen muss. Ja, ansonsten ich nicht mehr hochkomme. Hier können wir, hier könnten wir rein. Okay, ich gucke jetzt erst mal. L und R1. Dann rennen wir einfach drüber, oder was? Ja! Ah, okay. Naja, dann kann ich wahrscheinlich hier dann auch eine Bombe hinwerfen, oder? Genau. Kommen wir nämlich hier an die Dinger dran. So, das Problem ist jetzt nur, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Wetten? Doch, geht noch. Ähm, ich könnte jetzt hier rein theoretisch noch ein Seil verbrauchen, um dann da hochzukommen. Naja, ich gucke jetzt erst mal, was hier drin ist. Ich denke mal, das wird unser regulärer Weg sein, den wir eigentlich gehen sollen. Neulich hatte ich am Ende der Minen einen Einblick in ein üppiges Paradies. Wie kann soweit unter dem Ex... Mein Gott, was lese ich denn? Wie kann soweit unter dem Erdboden nur ein solcher Ort existieren? Und was liegt dahinter? Die Händler der Höhlen reden von noch fabelhafteren Gewölben weiter unten. Von alten Ruinen aus Gold. Allein die Idee bringt mein rastloses Herz zum Rasen. Gut, Tutorial 3. Okay, warte mal. L und Viereck. Das ist dann... Was bringt mir das? Naja, muss ich mal da oben gucken. Gleich. L nach unten. Und Viereck. Ähm. Ach, der Stein vielleicht. Ja, dann kann ich den Stein aufnehmen. Ach so. Dann kann ich den werfen, oder was? Ups. Nein. Ach, mit Viereck werfe ich den dann. Okay. Dann... Ja, was kann ich damit machen? Außer Gegner niedermetzeln. Okay, da unten den... Ich hab jetzt noch zwei Bomben. Die will ich mir eigentlich aufbewahren. Na, komm her. Nein! Scheiße. Nur noch zwei Herzen. Ich muss aufpassen. Das bringt mich jetzt aber nicht sonderlich weiter. Plopp. Uiuiui. Willkommen in Kevins Gemischtwarenladen. Zum Kaufen L1 drücken. Hallo, Kevin. Wenn schon Kevin heißen. Ähm. Gut. Ich kann einen Seilhaufen kaufen. Wir haben ja auch ziemlich verdammt viel Kohle. Eine Bomben-Tasche könnte ich noch kaufen. Ein Seil. Ich glaub, Seile kann man zwar kaufen. Gut. Aber wenn wir ihn leer gekauft haben, hat er auch erst mal nichts. Gut. Oh, da oben ist der Götze. Also nicht der Mario, sondern ihr wisst, was ich meine. Das heißt, hier kann ich dann wahrscheinlich eher nur mit Bomben arbeiten. Oh, scheiße. Oh, shit. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, ja, guckst du. Oh, Hallöchen. Was kann ich jetzt mit dir machen? Pff. Kann ihn hauen. Bist du jetzt böse auf mich? Ähm. Nö. Der rennt jetzt nur wie wild hier rum. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihm dann machen soll. Ich weiß es nicht. Okay, ich muss da jetzt eigentlich hier wieder irgendwie rüber. Kann ich... Kann ich hier noch ein Seil ranhängen? Ja. Also man muss halt genau überlegen, was man wo macht und welche Sachen man wo einsetzt. Du blödes Mistvieh. Ich hab nur noch einen. Mist. Ah, jetzt kommst du. Jetzt kommst du. Gut. Hat sie da oben ein bisschen festgesteckt. Kann ja auch mal passieren. Aua. Yes. Oh, shit. Shit. Da war eine Falle. Versuchen wir das noch einmal. Oh, damn it. Das ist fies. Gut, aber wir haben trotzdem einen Speicherpunkt hierbei. Okay. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. So richtig treffen tut man die... Ja, super. Auch nicht. Gott sei Dank ist es nur ein Tutorial. Ich werde jetzt hier einfach weitergehen. Ups. So, dann kaufen wir uns hier mal wieder Dummendus. Nicht? Der hat jetzt auch mehr Bomben. Was ganz nice ist. Scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht. Hey. Gold, baby. Ach, den kann ich... Den kann ich schieben. Ach, wie geil ist das denn? Ich kann ihn hauen, aber ich weiß nicht wirklich, was ich damit jetzt... Oh, shit. Äh, nein. Ähm. Fuck. Was ich damit dann so wirklich anfangen soll... Shit, jetzt habe ich ihn wieder zurückgeschoben. Ich bin so doof. Kann ich den komplett zurückschieben? Ja. Ich würde ja vielleicht noch gerne an die Kiste... Nein! Ist die Kiste runtergefallen. Geil. Oh, und da hinten liegt noch ein... Da liegt noch ein Gold-Nugget. Gold, baby. Komm her. Ganz schön. So, da ist noch ein Seil. Also ich muss schon sagen, es macht Bock. So ist es nicht. Es macht Spaß. Bin ich natürlich hier runter. Ich dödel. Lass mich ein Seil verbrauchen. Naja. Lass ich noch nicht mal... Scheiße. Scheiße. Are you kidding me? Scheiße. Muss ich noch eins verbrauchen? Ja. Shit. Das war so sinnfrei. Und hier muss ich noch eins verbrauchen. Weil ich zu blöd bin. Nein. So, komm her. Scheiße. Ich muss jetzt nur aufpassen. Yes. Und hier ist irgendwo ein... Da drüben... Warte mal. Da können wir doch vielleicht erst mal die Falle auslösen. Ja. Das hat ja super geklappt. Scheiße. What? Ich brauch da nur in die Nähe zu kommen. Ich dachte, dass da unten ist so eine Druckplatte. Wo ich ran muss. Aber... Oder wo ich nicht ran muss. Wohlgemerkt. Sag mal. Aber das war wohl nichts. Nein! Ich will... Hier runter. Also, man kann sich schon vorstellen, wenn ich schon hier am Tutorial... Äh... kläglich scheitere, wie ich im richtigen... Bill scheitern würde. Das wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Komm, geh runter. Ich weiß noch nicht, was ich mit ihm hier machen soll. Ich kann ihn einmal hauen, so dass er hier Sternchen und Vögelchen sieht, aber... das ist es. Das wäre... Ja, Baby. Ja, Baby. Und so. Ja. Ja. Da hinten ist noch was. Das will ich mir zuerst mal angucken, glaube ich. Nein! Oh, das gibt es nicht. Dieses Spiel ist so hart. Aber es macht Spaß. Aber ich will euch jetzt nicht zu lange damit langweilen, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme. Ich bin zu blöd dafür, schlicht und ergreifend. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also, wem es gefällt, der kann sich das... Gibt es nicht. Ja, jetzt werde ich ungeduldig und dann wird das alles nur noch schlimmer. Oh, ich habe ein Geschenk. Ähm... Oh, shit. Oh, shit! Du wirst ja deine Verbrechen bezahlen. Das tut mir leid, ich wollte doch nicht dich hauen. Ich wollte das Geschenk hauen. Das war jetzt Albarn. Das war Albarn. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte ihn doch gar nicht hauen. Okay, das passiert also, wenn man den Ladenbesitzer verärgert, um es mal nett zu formulieren. Ähm, ja, also wie gesagt, ihr könnt euch vorstellen, wie bescheuert ich mich anstellen würde bei dem Originalen. Ähm, oder wenn, wenn es halt richtig losgeht. Das ist ja jetzt erstmal nur das Tutorial und da lose ich schon total ab. Könnt euch ungefähr vorstellen, wie es dann werden würde, wenn... Ja, wenn ich das normale Spiel spielen würde. Aber es ist schon sehr nice gemacht. Mit einfachen Mitteln... Ähm... Hat man hier... Viel Spaß? Muss man einfach mal sagen. Ich nehme hier schon mal das Gold nochmal mit. Es ist ja jetzt nichts... Ich will nicht sagen, nichts super Kompliziertes, aber es ist einfach... Ähm... Ja... Oh, scheiße! Boah, neuer Tagebucheintrag. Eine Kobra. Ach, ich bin begeistert. Mit einfachen Mitteln... Versteht es das Spiel... Ja, sehr schön umzugehen, muss ich sagen. So. Das Vieh ist weg. Ähm... Jetzt... Ja, jetzt will er, dass ich die... Sowohl den Götzen als auch die... Die Frau, beziehungsweise in meinem Fall den Morbs... Hier... Reinwerfe... Oder hier durchbringe... Oder wie? Wer auch immer dieses Tagebuch in den Händen hält, ich hoffe, es wird von Nutzen sein. Mir hat es gute Dienste erwiesen, doch ich brauche es nicht mehr. Es jetzt nicht mehr. Ich steige hoffentlich ein letztes Mal in die Höhlen hinunter und ich kehre erst zurück, wenn ich den ultimativen Schatz in den Händen halte. Oder warten noch größere Genüsse darauf, entdeckt zu werden? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Nimm diesen Schlüssel. Eröffnet den Eingang zu den Minen. Folg meiner Spur, wenn du es wagst. Viel Spaß beim Forschen. Young. Gut, jetzt habe ich eigentlich nicht das gemacht, was ich hätte machen sollen, wahrscheinlich. Weil ich habe weder den Schatz geholt, noch sonst irgendwas getrieben. Aber dann passt das doch wunderbar. Man hat sich so einen kleinen Eindruck holen können, was dieses Spiel bedeutet. Es ist schon ganz schön heavy, das muss man sagen. Man muss immer sehr konzentriert sein. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das auch aus dem PSN-Store natürlich runterladen. Wer sich das damals, als es das bei Playstation Plus kostenlos gab, gesichert hat und das gerne runterladen möchte, der kann das natürlich noch tun. Alle anderen müssen dafür bezahlen. Ich weiß aber leider nicht, wie viel es jetzt gerade im PSN kostet. Ich vermute mal 14,99 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.